So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und vor allem das wird, glaube ich, Schleuder-Affen war das. Ich würde das sehr freuen, denn wir haben einen neuen Skin, nämlich die Grabsfeder. Einmal gibt es das als Paket für 2300 V-Bucks, wo er dann wie so, wie so, wie ich meinen Rahmen gekauft habe. Einfach der Skin, Rücken-Accessoire, Pickaxe und, ne, Skin, Rücken-Accessoire, Kleider und Pickaxe. So, wenn ihr euch das Ganze natürlich gönnen wollt, gerne mit meinem Creator-Code YT-Family-Hacken, Größe gehen da raus. Wir haben fast 40 Leute voll, also immer noch nicht ganz. So, das hier ist der Skin. Na gut, da muss man einfach mal abwarten, wie der Endgame aussieht. Hat irgendwo was? Ah, ich weiß auch nicht. Ah, jetzt wenn ich ihn so sehe... Ah, 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 ah. Das ist natürlich schon ein bisschen laut. Ja, wie gesagt, das Ganze für 2300 V-Bucks komplett, 1500 V-Bucks nur der Skin. Dann sind die Soldaten alle wieder da. Moxie ist wieder zurück mit ihren zwei Stilen. Zero, na. Ich habe ihn damals direkt gekauft, als er rauskam. Ihr seht ja selber, so ein ganz kleines Action bekommt. Da kommt ein legendärer Skin, grüße ich noch an der Stelle auch raus. Dann Rennfieber wieder drin, Brandungsreiterin, mit passendem Rücken-Accessoire, auch mit passendem Rücken-Accessoire, also ohne Quatsch, der Skin gefällt mir immer noch mit. Ist ein richtig schöner Skin. Aber ich glaube, Weiße ist ein Tick zu auffällig. Dann natürlich Octane Jr. immer noch drin. Dann Staub von den Schultern drin. Und... Na. Ansteckend. Ich wusste doch, da war noch mehr. So, dann ist Snake Eisner drin. Lacher Paket. Battle Paths. Jetzt wird aber jetzt mal Zeit. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, euch einen schönen Sonntag. Und denkt dran, spielt nicht zu viel, geht auch mal in die frische Luft, auch wenn wir eigentlich nicht dürfen. Und in dem Sinne, haut rein.